und herzlich willkommen zurück zu fallout 4 ja heute geht es nach diamond city ich habe ein bisschen ausgerüstet meine kampfausrüstung ist auch wieder ausgestattet ich habe jetzt gerade noch einen generator gebaut ein geschütz kann ich leider nicht bauen und habe sehr sehr viel material verpfiffen so sehe ich derzeit aus also mit der rüstung finde ich gar nicht mal schlecht dass es so ein stande charakter ist sondern man auch wirklich die ausrüstung komplett individuell wieder gestalten kann ist optimal ein bisschen waffen habe ich auch noch gemacht ein bisschen waffen abgedatet da kommen gleich noch zu da können wir erstmal dass man nach diamond city in reisen ort nicht entdeckt aber das haben wir entdeckt das heißt wir haben auf jeden fall ein punkt in der nähe da muss man auch gegen das so ein bisschen was sie beschützen dann würde generator komme ich später noch dazu dass wir es dann da zurecht haben brauchen auch noch kupferkabel was sehr sehr viel material noch verbraucht skill punkte hatte ich beim letzten mal gemacht dass wir den zufälligen geheimen und mysteriösen mann bei den watzsteuerung dazu kriegen jetzt hoffen wir dass in diamond city paar fragen und hier entweder ein bisschen ruhe ist aber erstmal nach diamond city ich hoffe dass wir keine freunde auftauchen hier unterwegs hat so in der neuen waffe ich habe ein bisschen an dem gewährung geschraubt wenn man es gar nicht sieht genau es ist ein bisschen größer geworden wir haben nämlich jetzt ein zielfernrohr dran ich werde vielleicht mal gucken ob ich das ein bisschen runter nehme und ein kleineres dran mache aber derzeit ich nämlich das drauf ich habe das eine gewehr geschritte als eine zielführende weil wir das jagdgewehr hier haben das ist eigentlich ganz gut für sämtliche sachen kann immer noch was drauf packen wenn man möchte derzeit reicht es mir vollkommen aus so letzten meter nach diamond city aber ich denke mal das gewehrwerk wollen ja freundlich ankommen keine gewehre vorne sind paar posten der schreibt uns auch noch gut zu bewacht sein alles klar this way diamond city nach links ok in der stadt haben wir sauberes wasser was besser denn du kannst das tor nicht öffnen geh dorthin verdammt ich stehe hier völlig schutzlos in der gegend ich habe befehle dich nicht rein zu lassen pfeffer tut mir leid ich mache nur meinen job du machst nur deinen job diamond city zu beschützen heißt also mich draußen zu halten ja wo sieh nur das ist die furchteinflößende reporterin tut mir wirklich leid aber bürgermeister mcdonough ist stinksauer pfeffer er meinte dass der artikel den du da geschrieben hast nur aus lügen bestünde die ganze stadt ist in aufregung ich weiß dass du mich hören kannst dann ich bin zwar gerade erst hier angekommen aber ja spiel einfach mit was hast du gesagt du bist ein händler aus quincey und hast genug waren um den ganzen laden für einen monat zu versorgen hast du das gehört dann machst du jetzt das tor auf und lässt uns rein oder willst du dieser irren mörner erzählen dass ihr wegen dir vorräte für einen monat durch die lage sind klingt gut dann mal los ein weiterer wunderbarer tag in diamond city dann wer hat dich denn wieder reingelassen ich habe soll dann gesagt dass er das tor für dich nicht aufmachen soll du hinterhältige aufrührerische verleumderin diese ansammlung von lügen in deiner zeitung unglaublich ich werde deine druckerpresse verschrotten lassen war das eine offizielle ankündigung bürgermeister mcdonough diktatorischer bürgermeister lässt presse aus warum fragen wir nicht die neuankömmling was sagst du zu freier presse der bürgermeister will die redefreiheit nämlich abschaffen von welcher zeitung redest du meiner public occurrences wir sind die stimme der wahrheit also bist du für uns oder gegen uns press und meinungsfreiheit waren mir immer wichtig ich wollte dich nicht in diese auseinandersetzung hineinziehen kollege nein ganz und gar nicht du siehst aus als würdest du wunderbar nach diamond city passen willkommen im großen grünen juwel des commonwealths sicher glücklich ein wunderbarer ort für einen besuch für einen einkaufsbummel oder um sich niederzulassen und lass dir von diesem schmierfink da bloß nichts anderes einreden ja worüber streitet ihr beiden eigentlich was glaubst du wenn man lügen druckt sind alle glücklich aber wenn man die wahrheit druck also bist du aus einem bestimmten grund in unserer stadt gekommen ich suche nur was und wonach suchst du genau den kleinen jungen er wurde entführt hast du gerade entführt gesagt und mcdonough wird die diamond city sicherheit der sache nachgehen und was ist mit den ganzen anderen vermissten meldungen die du bisher nicht auf sie zwar können unsere sicherheitsleute nicht jedem fall nachgehen der gemeldet wird aber ich bin sicher dass du hier hilfe finden wirst in diamond city gibt es jede nur erdenkliche dienstleistung einer unserer großartigen bürger wird bestimmt die zeit finden dir zu helfen der bürgermeister einer großen stadt kennt doch sicher jeden wer kann mir helfen es tut mir leid ich habe jetzt keine zeit für weiter es ist doch lächerlich die diamond city sicherheit kann nicht mal einen mann entbehren um zu helfen ich will die wahrheit mcdonough was ist der wahre grund dafür dass die sicherheitsleute nie den entführungen nachgehen genug davon du und deine kleine schwester sind hier mit offiziell verwacht ja red nur weiter mcdonough mehr kannst du ja auch nicht vom bürgermeister persönlich in diamond city begrüßt werden fühlst du dich da geehrt pass auf ich hab noch was zu erledigen aber komm doch nachher mal in meinem büro vorbei ich hab da eine idee für ein artikel für den du perfekt geeignet wärst du bist also der händler von dem papa gesprochen hat ja irgendwie glaube ich dass sie mich wieder reingelegt hat habe ich recht ich wollte dich nicht anlügen aber es ging alles so schnell so schnell passiert dass du jeglichen menschlichen anstand vergessen hast was für dich eigentlich nach diamond city wäre gut wenn ich das im protokoll vermerken kann ich bin auf der suche nach jemandem ach ja nach wem suchst du denn einen kleinen jungen er wurde entführt oh hey tut mir leid wir haben befehl keinen vermissten fällen nachzugehen im moment haben die leute eine menge angst hey wie wäre es mit einem einfachen tausch geld gegen informationen hey ich bin nicht bestechlich okay also nein dann frag ich halt wen anders kopf hoch vielleicht kann dir jemand in der stadt ja helfen kleine affe du wir werden uns noch sehen frech werden oder dort officer hast du eine frage dann solltest du mit salven reden ab nach diamond city ich mag das sieht echt gut aus also von hier wird es wieder von hier ist echt ganz nice gemacht wenn man genau hinguckt das ist ein wader ah ich mag die statuen die zusehen wie die diamond city eine stadt voller smog und rauch hey kleine die presse läuft auf hochturen der motor wird bald den geist aufgeben wenn wir ihn nicht ersetzen ach das sagst du schon seit wochen und das ding läuft noch mach dir nicht dauernd so viele gedanken ich muss im büro ruf mich wenn du wütende politiker auf den weg zu uns siehst warum stimmt was nicht piper ich muss erst noch ein paar dinge regeln wir reden später ok die leute haben schon eine mordsangst vor dem institut aber das hält die zeitung nicht davon ab bei jeder gelegenheit über das institut zu schreiben wie dem auch sei nimm dir das nicht so zu herzen das leben hier ist trotzdem sehr viel sicherer als da draußen im common wall was ist das institut hast du mal vom schwarzen mann gehört eine schattenhafte kreatur die nachts kommt um die leute zu holen das ist das institut aber es gehörte einfach zum leben jemand wird vom institut entführt oder von einem raider getötet was ist schlimmer hinter diesen mauern muss man sich wenigstens keine sorgen wegen der raider machen und was führt dich ins große grüne juwel ich suche nach jemandem der verschwunden ist verschwunden um wen geht es denn einen freund einen verwandten nach einem kleinen jungen er wurde entführt ein kleiner junge wirklich ich fürchte verschwundene leute tauchen in diamond city nicht mehr auf gott scheint sie vergessen zu haben und da die leute das institut fürchten haben sie die verschwundenen auch vergessen es ist hoffnungslos du bist nicht allein viele leute in der stadt haben freunde oder familie verloren an der last all der verschwundenen sind ihre seelen zerbrochen lass nicht zu dass es dir ebenso ergeht danke sehr pastor clemens ähm die sekretärin des bürgermeisters komm schon mal ich schneide ihr die haare und ich erkenne menschliches haar aber das ist es doch johnny dir würde der unterschied überhaupt nicht auffallen ähm du da erzähl meinem trotteligen sohn mal was sache ist mcdonalds sekretärin ist sie ein zünd ähm hier bei uns nennen wir deinen haarschnitt den plünderer spezial die kleinen blutflecken geben dem ganzen eine persönliche note wäre vielleicht mal wieder zeit für einen neuen schnitt mein sohn ist verschwunden wer kann mir hier helfen hey ich schneide nur haare okay reden ist eine sache aber wenn die zeitung recht hat mit dem institut dann würde ich über nichts mehr über verschwundene leute wissen ich bezahle dich auch für deine zeit ich will nur mit dir reden es schadet sicher nichts wenn ich dir sage wo du hin musst du solltest dich an die dedektei valentine wenden ist in der nebenstraße viele leuchtende schilder erzähl aber niemandem dass du dahin gehst okay die leute mögen den laden nicht reden immer wieder davon ihn dicht zu machen danke für deine hilfe sei vorsichtig okay das institut ist da draußen danke sehr für die antwort wer möchte gerne gut aussehen die neuesten visoren aus dem commonwealth ein neuer ankömmling was sprich mit er wird an der mauer wenn du eine geschichtsstunde willst ich habe gehört dass es die meisten theaterviertel eine bar nur für raider gibt das kombat so ich bin arturo rodriguez wenn du was zum selbstschutz brauchst bist du bei mir richtig du kennst du kennst dich also mit waffen aus was pass auf ich kann dir knarren schwerter was auch immer verkaufen und die werden dir helfen am leben zu bleiben aber das geheimnis bei waffen liegt in den mords die verleihen dem ganzen erst die persönliche note schraub ein zielfernrohr dran vergrößere das magazin was auch immer wenn du dir zeit für deine ausrüstung nimmst bist du auf alles vorbereitet naja wie dem auch sei reden wir über das geschäft was brauchst du handeln ich schau's mir an für jeden was dabei mhm patronen sind immer gut das wären die sind natürlich ein bisschen teuer ne ich nehm mal noch 13 stück mit big 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 boy brennstoff fusionskern was kostet denn ok gießbolzen Gleisbolzen was braucht man die denn Ladung Aluminium das kostet die das ist natürlich teuer 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 Old Faithful verursacht doppelten Schaden wenn das zielvolle Gesundheit besitzt ok also fast das vierfache Paus-Aus-Aus-Gestell kostet alles klar hm 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 ok haben wir erstmal das ok warum weil ich dich nicht kenne und ich werde keinen Sünd bedienen der sich als Mensch ausgibt also bist du einer ein Mensch ich bin so menschlich wie an dem Tag an dem ich geboren wurde hm du siehst schon aus wie ein Mensch aber ich behalte dich besser im Blick ich hab Augen wie ein nun sie sind jedenfalls sehr gut verstanden ok wir können handeln aber kein Blödsinn verstanden was für eine anladen betreibst du hier eigentlich wir kaufen und verkaufen hier alles sieben Tage die Woche 24 Stunden am Tag der Roboter kümmert sich nachts um die Kunden er ist der einzige dem ich traue bei ihm weiß ich wenigstens dass er eine Maschine ist zeig mal was du so hast wir haben unser Angebot Patron E-Helm Gammapatronen Gold ohne Haarklammern Kupfer wär schöne Ladung Plastik Dünger Stahl Rotzange Ne ich glaub hier ist auch nichts bei Superkleber ok dann gehen wir mal jetzt in die Seitengasse ok hier ist auf jeden Fall die Seitengasse zu Ende also so ist das echt interessant hier Schulhaus manchmal muss man sich echt fragen wird sich denn überhaupt noch niemand das Institut muss noch früher haben oder? meinst du die Railroad? das ist doch nur ein Märchen man die gibt es gar nicht ne ich hab das von dem Kursen angehört Detektive Velotine mh habt ihr doch gesagt dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird ist alles in Ordnung? weder ein Verirrter den der Regen hierher gespült hat ich fürchte du kommst zu spät das Büro ist geschlossen wie Moment wer bist du? bist du etwa der Detektiv? ich? nein ich bin Nick Sekretärin ich kümmere mich um seine Termine seine Akten und solche Sachen naja zumindest habe ich das gemacht aber jetzt ist Nick verschwunden und ohne Detektiv lässt sich auch keine Detektei betreiben hast du vielleicht ne Idee wie ich ihn finden kann? er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt da unten gibt es einen alten Vault den sie als Lager benutzten ich hab Nick gesagt dass das eine Falle ist wer ist dieser Skinny Malone? ich weiß nicht viel über ihn aber ich weiß dass er aus Goodneighbor kommt das heißt er ist einer dieser Gangster im Anzug aber mit mir? ich werde ihn finden das verspreche ich dir danke Nick ist leicht zu erkennen er hat sich für diese Trenchcode und Hutnummer entschieden bitte beeil dich ich hoffe mal dass ich ihn finden werde jetzt hat jemand im Power-Suite hier an das heißt ich hätte eigentlich noch ich hätte ohne auskommen müssen hast du die Zeitung gelesen? natürlich der Synths verstecken sich mitten unter uns guten Tag es geht die Sonne kommt auf jeden Fall durch den Smog durch mein Freund es gibt nur eins was man im Dug-Out-In kaufen sollte und das ist der Schnaps ich muss auch mal was essen, was erwartest du denn? gibt es nur Essen auf jeden Fall ok jetzt ist die Frage natürlich ähm zurückreisen Power-Armor holen um safe und sicher zu sein oder versuchen ok wir gehen da durch ohne Power-Suite das könnte natürlich jetzt ähm könnte hin und her geschwungen sein wir gehen erstmal ohne durch halten wir ein bisschen wenig aus das ist natürlich klar aber wir können es versuchen die Frage ist auch müssen wir unsere Rüstung eigentlich reparieren das wäre auch gut zu wissen das können wir mal gucken ne der Wert auf jeden Fall liegt alles noch hoch ok wie weit müssen wir denn da hin oh das ist gleich da vorne ok ok wir können von da nach da hin ok wir können allgemein darüber gehen das geht alles da rein ok Schrottplatz vielleicht findet der Hund ja was zwischendurch wenn wir ein bisschen viel vorbei gehen ich hoffe mal dass ich auch wenn nichts widerstandsfähiges jetzt antreffen werde in der Stadt schweig oh ja ich bin die ich bin ja ich bin ich bin ich bin die die na komm ja komm raus oh die haben sie aber gut gepostiert das ist eigentlich gar nicht mal schlecht gemacht wie die sich hier aufgestellt haben aber nicht gut genug da ist einer untergefallen wir können mal können wir die ganze mitnehmen nicht zu ernst man kann die oh nein man kann die leicht mitnehmen das ist natürlich nett und lustig wir haben noch ein gutes stück vor und sagen wir mal die straße wenn wir eigentlich die straße folgen würden dann wird es funktionieren und sagen wir mal da ist er ja der junge der kann jetzt mal sterben da hinten ja 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 Hund, geh weg! hier drüben oh mein gott blöden waders jacke weg kurz monomano mollot auf ist nur dahinten was ich will wissen was der legendäre raider dabei sich hatte mit ganz klar sind wir auf jeden fall mit müssen auf jeden fall noch nicht hin jetzt den pack okay irgendwie ist noch da oben aber das macht mir eher weniger was aus wenn da oben was los ist bei den kämpfen bin ich mal sowieso sehr konzentriert an der sache was haben wir denn jetzt bekommen die herrschaft haben wir auf jeden fall wir schauen super mutter unterwegs zu sein ja da ist niemand 15 pecks ok ziel ist auf jeden fall jetzt in der nähe das ist schon super werde ich das ziel noch abklappern und nein da ist nicht mehr was denkst du denn Keine Ahnung, also sie ist verspäncht da. Ja, ist schon möglich. Ich muss mit dem Jet aufhören. Was zum? Ha! Ich hab den Ast gefunden! Du könntest dich verstecken! Oh. Alter, Schwede. Vielleicht wollt ihr die noch werfen können. Blöder Hund. Nein Gott. Ich hab auch noch ein paar. Ich hab's einfach weglaufen sollen. Wo ist eigentlich mein Hund die ganze Zeit? Ich bin hier vorbeigelaufen. Wo ist der Hund? Gut, der Hund hat was gefunden Was zum Nein, nein, nein ich glaube er weniger ach hundi komm meis 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 Komm mit, Hundi Kannst doch nicht so Kannst doch nicht einfach so hinten bleiben Aufgepasst Komm her Komm, wir wollen noch ein paar Abenteuer erleben Dorthin Aufgepasst Wie geht's dir, Kumpel? Gut Was soll's, Junge? Na, komm mit Dachte, ich hätte dich schon verloren Macht's gut, Jungs Macht da oben noch ein bisschen Ärger Komm irgendwann mal zu euch, ne? Ich hab erstmal noch eine Mission zu erledigen Ich hab keine Stintpacks mehr Oh, das kann echt tödlich werden Jetzt gucken, dass ich jetzt mit den Waffen auskomme Dann sieben Schuhflint-Mutitionen noch Revolver hab ich noch Ich hab so ne Auti-Leuchtpistolen Komm her Ja, oben könnte keine Minute mehr ins Hilfe kommen Oh nein Ich hab das schon mal in der In der Vorschau gesehen Das müsste das hier sein, ne? Ja Ich glaub, das kommt hin Ich will mal kurz speichern Ja Ich hab das schon mal in der Vorschau gesehen Der Swan Level up Wir werden mal gucken, dass wir den Level 22 okay Okay Danach sollten wir Okay, dann müssen wir nach Auf Charisma gehen Jetzt hoffe ich mal ein bisschen Charisma erhöhen Okay, der Swan ist da in der Mitte Und das wird echt spaßig Willkommen Wenn man in das Gulenest reintretet Wie bekloppt Und ich bin um und an Waffen Was Munition angebend, um mich um und an sehr arm Wenn ich dir doch sage Zu Skinny Melones Mande zu gehen War die beste Entscheidung aller Zeiten Sicher? Schau dich doch nur mal um Und trotzdem Melone ist schwach Wir erwischen diesen Und was macht er? Sperrt ihn ein Dem fehlen die Eier Ihn einfach umzulegen Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören Na Wollt mich vielleicht euch anschießen Mein Bein ist gebrochen Mein Arm Was ist das? Hm... Patronmaschinen bist du... Oh, Release. Ich freue mich nicht. Terminal, Terminal. Was gesichert oder auch nicht. Schwarze Kaune. Nachricht von Mitarbeitern. Okay. Uninteressante Sachen. Verriegelte Tür, da ist immer was Gutes hinter. Oder teilweise. Geschafft. Metall-Eimer. Kohlkohlfahrrad. Und du schaust, ich räume aus. Der Bettin nehme ich mit. Klebeband. Die bekomme ich auch nicht auf. Oh, es sind nur so viele Safes, die man öffnen könnte. Kochplatte. Bourbon. So, jetzt sind alle tot. Das heißt, wir werden erstmal gucken, ob wir hier noch was finden. In den Toiletten. Ein bisschen Gänister. Ein bisschen Gänister. Ich habe keine Stintbacks mehr. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh, eine Quantum Cola. Oh, Bruderzeit. New Cola. Die können wir direkt trinken. Hilfsmittel. So. Ab, noch einen. Vier Meter. Der wird natürlich auch voll reingelatscht. Wer? So. Der wird natürlich auch voll reingelatscht. So. 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 Du. So. Hast du schon. Das war schon. Am Ende verw damages floating. Davon ist etwas另. Woher hier man zieht. Der Dang dual ist sie her. Elf. Der Beef muss sie ARE v��요. Was ist das? Was ist das? Oh, nicht mutiert. Was ist das? Oh, was soll das denn jetzt hier? Oh, mein Gott. Ist wohl noch nicht ganz erledigt, was? Oh, was ist das denn hier los? Ich habe keine Klamotten, die ich noch da runterwerfen kann. Oh, nee, nee. Nee, nee. Voll jetzt. Alter Schwede, ey. Okay. Okay. Halleluja. Boah. Boah. Du schießt einmal runter, da ballern gleich 10 Milliarden weiter hoch. Oh. 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 Oh, jetzt kann ich hier Spielchen ohne Ende machen. Ich glaube, da komme ich ein bisschen besser mit klar. Okay, der ist schon mal weg. Ich habe null Hilfsmittel mehr. Was ist die Scheiße? Oh, ich werde jede Menge Spaß mit dir haben! Oh! 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 Verdammt, meine Schultern! Das ist eine Sache! Oh! 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 Du bist ja schon mit mir. Oh! Oh! verdammt noch mal ja in uns den weg für mich haben so kurz speichern geht ja gar nicht was gab es denn dann für eine schöne waffe eine 10 mm am glück deswegen ich brauche mal irgendwas so stimpack mäßiges 200 vielleicht hilft chat oder so es ist besser nur die wahrnehmung zwischen nicht lang mehr überleben hallo sind pecs mäßig hallo das wäre es das war haarscharf möchte ich sagen schmutziges wasser das schloss kriege ich nicht auf vielleicht hilft uns das schon mal ein weiter immerhin das schon mal terminal noch eine fahrkarte ok aber ich brauche immer noch etwas was mir den Po retten kann hier gerade den Arsch mein ödländer hintern auch voll Oh dear. Vielleicht können wir ihn abstechen. Oh dear. Ja, ich werde dich erledigen und dann auf meine Leiche truppen. Ja, ich werde dich erledigen und dann auf meine Leiche truppen. Ja, ich werde dich erledigen und dann auf meine Leiche truppen. Ja, ich werde dich erledigen und dann auf meine Leiche truppen. Ja, ich werde dich erledigen und dann auf meine Leiche truppen. Ja, ich werde dich erledigen und dann auf meine Leiche truppen. Ja, ich werde dich erledigen und dann auf meine Leiche truppen. Ja, ich werde dich erledigen und dann auf meine Leiche truppen. Ja, ich werde dich erledigen und dann auf meine Leiche truppen. Ja, ich werde dich erledigen. Ach, ich werde dich erledigen. in eine station der ort ist doch das gegenteil von weil die nicht vorhatten benutzen vor dem krieg haben wir ständig solche krummen dinge abgezogen man schnappt sich ein paar jungs aus der gewerkschaft für den baujob der nie endet so bleiben alle auf der gehaltsliste wer ist da stirbt mir jetzt ja und du darfst dich auch nicht mal bei mir in weg stellen ich bin nicht ein schutzschild süßkuchen wir nehmen erstmal alles mit kommen wir mal zu den süßkuchen rein müssen wir wieder ein leben bleiben das geht ja sonst gar nicht so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 zack zack walt 114 was uns erwartet der die hat doch gesagt dass er immer auf diesen hut steht vielleicht gehörte der bandan könnte das möglich sein dass er zu denen gehört eventuell die seiner aus etwas wie kuhle die jungs ne mal in der hand wie geht's hast du Hunger willst du dann haben zu essen aber nur weiter fleisch klopfen so hat skinny malone mehr zeit sich zu überlegen wie er dich kalt macht erzählt kein Mist du hast doch keine Ahnung von irgendwas ich habe gesehen wie er deinen Namen und sein schwarzes Buch geschrieben hat mieser kleiner Kartenbetrüger waren glaube ich seine Worte dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen ich werde mir mal so ein Maschinengewehr ich glaube nur um ihn packen sicher dino sicher dino Oh! Bam-bam-bam! Bam-bam-bam! Was war er? Der Fremde. Er war genau hier. Hey, du da! Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir haben drei Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Hüppchen! Verdammt nochmal, ja! Ach, mein strahlender Ritter. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Okay. Malones Leute, Ethan. Hier waren früher kleine Gauner, die in größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist, aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versteck. Das ist sicher. Wo ist OP? Moment, da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Nick! Möchtest du das wirklich hier unten machen? Wo an jeder Ecke diese menschlichen Kakerlaken lauern? Komm hier rüber. Wo zur Hölle steckt der? Hey Valentine. Hilf mir hier raus. Dann helfe ich dir. Okay. Ich hatte gehofft, dass du schlauer bist. 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 Ah, ich hatte gehofft, wie ich weiter verletzen muss. Du und Valentine – ihr seid tot. Wenn du tauschen darfst, hast du gehofft! Du und Valentine, seid tot! der nächste Das wird auf meine Art und Weise gemacht. Und wir benutzen Waffen. Solange ich Munition habe, habe ich auch Waffen. Solange ich beides habe, bin ich okay. Und ich habe bestimmt noch Süßgeruch. Ich fresse mich mit irgendwelchen Lebensmitteln voll. Das ist ja nicht mein Problem. Das heißt, wir sind fast oben direkt schon, ne? Na, wo hast du dich verkrochen? So, bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Was war das für ein Geräusch? Puh, ich muss mich mal locker machen. Ich bin total überdreht. Okay, weiter ausgehoben. Wie schön. Warum beschädigte Sachen, ist immer gut, sage ich. Wer von euch Deppen meinte, dass er was gesehen hat? Oh. Niemand? Was? Na? New Cola-Flasche. Ja. Ich weiß, dass ich was gesehen habe. Ist ein Herzinfarkt kriege? Hier ist nichts. Nichts? Ja. Mal schön in die Beine oder Arme schießen. Dass ich mich gar nicht bewegen kann. Kopfschüsse sind auch schön. Aber Kopfschüsse sind unrelevant. Kleines Ziel. Was man nicht treffen kann, direkt. Hallo, ich muss ja looten hier. Whisky. Jemand kann einen guten Whisky. Wenn es Material noch gibt. sauberes Weißes Glas. Such. Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Wort gebaut? Ich nicht. Ich nicht. Nimm es Belohnen, das Red Away und das Inspirer-Phrasing. Okay, da ist alles offen. Linksrum. Sollte nicht lang dauern. Babystation, Babystation, immer was. Tischlampelbohne. Das ist wie der Boss, mein Freund. Oh. Oh. Das ist echt nicht nett gewesen. Das könnte so schade. Oh, ich glaube... Und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens... ...Ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Okay. Noch eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein. Okay. Sie ist offen. Aber ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf. Auf alles vorbereitet, soweit wir durch diese Tür gehen. Alles klar. Rollanzug habe ich. Mein Freund, dann öffnen wir die Tür. Oh nein. Oh nein. Niki, was soll das denn? Du kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentin. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wärst besser weggeblieben, Niki. Das ist nicht das alte... Diesen Wort habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Scheiben und all das. Darla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentin hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Was habt ihr und Nick überhaupt miteinander zu schaffen? Darla ist weggelaufen. Ihr Vater wollte, dass ich sie nach Hause bringe. Wie sich herausstellte, ist sie mit meinem alten Kumpel Skinny Malone. Ein Gangster-Boss durchgebrannt. Hätte nie gedacht, dass er genug Leute zusammenkriegt, um sich in einen Vault zu krallen. Das Leben ist voller Überraschungen. Hey, wer ist hier bitte der Boss? Wenn du was zu sagen hast, sag's mir! Du und Nick kennt euch? Dieser Unruhestifter war früher mal eine echte Nervensäge. Bevor wir aus dem alten Viertel geworfen wurden. Dieses Spielchen haben wir sicher schon hundertmal gespielt. Andere Leute haben Freunde. Wir hier in der Gegend haben gute Feinde. Hör auf, auf Zeit zu spielen! Willst du was sagen? Dann tu es! Schau dich doch an! Darla führt dich an deiner Neuse rum! Du bist besser als das hier! Du bist besser als sie! Niemand sagt Skinny Malone, was er zu tun hat! So, jetzt reicht's! Zeit für einen Abschied auf die harte Tour! Jetzt hast du ein Problem! Und Kopf. Danke. Junge, ich wollte den Smoking retten, okay? Bleibt da hinten ganz geschmeidig. Du hast mich mit den Falschen angelegt! Ich kann nichts mehr! So viel zu Skinny Malone. Ob er mit all den Löchern jetzt wohl leichter oder schwerer ist. Die Kugeln wiegen wohl auch einiges. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Tage. Das wird ein unangenehmes Gespräch mit Dalas Eltern. Wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Tochter das Zeitliche gesegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Du kannst doch ihr Kopf mitnehmen! Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Warte, mach du das mal! Ich check mal eben das Büro von ihm ab hier. Ah, er hat er noch... Ja, warum? Kopf ab! Ich brauche definitiv ein paar Kugeln mehr. Ah, hier. Oh, sind doch schon gut an der Zeit vorbei, Leute. Vorhin auch schon. Back Bay. Also irgendwo am Wasser. Bay ist meistens so strandmäßig Wasser gelegen. Das heißt, eventuell irgendwo am Koalitionsdeckel. Aber ich hoffe nicht beim Sworn. Das Ding hat natürlich richtig reingehauen. Ach, sieh nur. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat auch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Deine Sekretärin Ellie. Sie hat mich geschickt. Nach dir, Nick. Gut, beeilen wir uns. Folge mir. Sei mein Valentine. Alles klar. Dann auch rein. Ach, wir sind ja schon fast da, oder? Täuscht mich das nur. Wer so lange wie ich im Commonwealth unterwegs ist, lernt ein paar Dinge. Ich habe wieder einen Punkt. Ich wollte jetzt Charisma ein bisschen machen. Ja, wenn wir mal hier so die Punkte bekommen, besonders, wo haben wir es denn hier als Anführer? Dann kannst du jetzt dazwischen, kannst du dazwischen den Wegplatzigen einrichten. Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, das ist wirklich gut. Die Frage, wo ist es denn mit dem Laden? Wo können wir denn die Laden errichten? Aber das muss ich mal durchschauen, dass ich da so die Bäume ein bisschen durchgehe. Bei den alten Gebäuden und Gassen kann man sich gut verstecken. Das gilt aber auch für die andere Seite. Halt die Augen auf und den Kopf in Bewegung. Hier kann es schnell brandgefährlich werden. Sicherer als in Diamond City ist es hier nirgendwo. Die Security kontrolliert das Gebiet. Allerdings gibt es immer wieder Probleme. Trotz der Pralerei des Bürgermeisters ist das hier die sicherste Siedlung. Die Wachen sind aber ein bisschen nervös. Stell dich vor! Wir sind wohl nicht allein. Die Luft ist rein, denke ich. Bilder Mischling. Ah, ich habe meinen eigenen Mischling. Schäferhund. Sind immer zu traulich. Letzten sieben Schuss davon. Zwei davon. Also meine... Meine Vorrats... Zeug geht jetzt so langsam. Okay, ich versuche es, die sieben Schuss hier vor zu verballern. Ich bin da schon am Stadion, oder? Ja. Ich bin da schon am Stadion. Bin da schon mal ein bisschen auszummelen hier. Komm, mein Freund. Wir können weiter. Ich bin da, die zustechen, die sind warm. Aber ich glaube, das war ganz gut, dass wir so ein bisschen zusammen, ein bisschen Action erleben, unterwegs ist. Auf jeden Fall immer was Interessantes. Wenn da noch ein Super Mutant ist, oder so ein Todeskrall ist, wäre jetzt natürlich hart. Weil wir haben noch ein paar Meter vor uns. Aber ich glaube, hier sind die Super Mutanten gewesen. Das vielleicht noch mit... Und das. Das, da, sieht man, da. Ein bisschen zerstört, auf jeden Fall, wie immer. Und Charisma durch die... War gar nicht mal schlecht, euch diese Handelsruppenflähe einzurichten. Kommt vielleicht ganz gut. Komm, Hintchen. Wir folgen noch Valentine, den Rest in die Stadt rein. Oh, dann... War die vorher auch da, die Drohne? Hallo. Oh, ist doch offen geblieben. Da fährt zu. Ja? Nichts. Ich brauch nichts. Level 15, aber wir haben noch einiges vor uns. Jetzt, du eine... Okay. Eine einzigartige Lackierung für deine Power-Ausrüstung. Für meine. Das heißt, hier muss ich auch noch suchen. Oh, das wird... Das wird natürlich auch spannend. Hallo, Mietzi. So, noch Valentine. Nichts. Aber wir können ein bisschen verkaufen gehen, hier. Du brauchst was zum Schutz. So wie jeder andere auch. Äh, Handel. Na, ich schau's mir an. Vergiss nicht. Und zwar hab ich an Waffen... Erstmal die hier. Die brauch ich nicht. Ich brauch nur eine davon. Die Splitter brauch ich nicht. Äh, die können die vielleicht demontieren. Nee, dann... Wenn die nur 15 bringen, dann behalte ich sie. Ähm, Kleidung. Nee. Aber wir können... Ein paar Sachen hier. Medix. Medix. Whisky. Zuckerbomben. Ja, das möchte ich gerne behalten. Zigarettenpäckchen kann auf jeden Fall, bis ich kann weg. Kopfplatte. Sauere Kaffeetassen. Die bringen alles noch. Gold. Ach, ein Kroonkorken. Jo. Zahnrad. Das ist alles billiges Zeug. Aber immerhin. Wir können's verkaufen. Ja. Und ich werd's auch ein bisschen los. Das ist schon mal kurz gut. So, jetzt werden wir noch nach Valentine latschen. Danach werd ich mich... ...mich wieder nach... ...Sentry begeben. Mal schauen, was unsere Stadt denn so sagt. Ob wir vielleicht noch einen neuen Auftrag haben. Ob wir vielleicht noch eine neue Siedlung... ...befreien können in der Nähe. Aber jetzt mal hier. Nach Valentine. Gehst du da? Nick? Wie gut. Du bist es wirklich. Tja. Diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht. Aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht so lange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Gern geschehen. Ja? Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier. Ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast. Aber du bekommst eine Belohnung. Und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ali. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Okay. Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryo-Anlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. Was kannst du mir noch erzählen? Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie... Sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also, kaltblütige Killer. Wir aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. An was erinnerst du dich noch? Bevor wir hier weitermachen, habe ich für den guten Valentine noch was für. Denn wir möchten Valentine ihn zum Ödländer dieses Monats machen. Beziehungsweise dieses... Ja. Vorlord weiß ich nicht, wie lange die Tage laufen, aber er ist erstmal der Ödländer des Monats. Was bringt uns überhaupt? Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. An was erinnerst du dich noch? Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Hm. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gana. Und natürlich das Institut. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schief läuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Zünds nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun. Was ihr Plan ist. Oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Zünd. Also, ein ausrangierter Prototyp. Wie auch immer. Ich muss Schorn finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Die Frau trug eine Art Schutzanzug, glaube ich. Der Mann hatte so ein Metallding an seinem Arm. Vielleicht eine selbstgebaute Rüstung. Viele Söldner machen das, um hart auszusehen. Der Schutzanzug ist interessant. Sowas können sich nur wenige Söldner leisten. An was erinnerst du dich noch? Die Stimme werde ich nie vergessen. Tief. Und rau. Wie Schmirgelpapier. Ah, das ist nicht viel. Aber eine harte und autoritäre Stimme kann einen in diesem Geschäft weit bringen. Was noch? Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Nein. Sie haben ihre Namen nicht genannt. Ah. Das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in dem verlassenen West Stance. Der Junge war ungefähr zehn Jahre alt. Vielleicht ein anderes entführtes Kind. Ja. Entweder das, oder er hat einen eigenen Sohn. Beides keine schöne Vorstellung. Beide sind vor einer Weile verschwunden. Wurden nicht mehr gesehen. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Gut. Hey, Valentine. Zu Kelloggs Haus geht's da lang. Aber wenn wir zu Kelloggs Haus wollen, machen wir es beim nächsten Mal. Ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns sofort wieder. Einen Moment. Einen Moment. Und jetzt sehen wir uns nach! Vielen Dank.